so okay so mir erstellt was ist denn das für ein ding ach das ist das ding wer hat jetzt gewonnen letztendlich wir also eriko hat gewonnen eriko hat den sven ich habe mich mit dem adg verordnet so dass wir das rede ich wieder markus hat sich verraten hat nur der entwicklung so aber bei den rick und wieder mit einem team na ja würfelpark miet Hilfe! Was hast du denn für eine Waffe, Alter? Okay, ich glaube nicht so ganz. Das ist nicht wahr! Wann sieht man sich denn hier? Nein! Nein! Jawoll, sehr gut. Ich zieh mich mit Kumpel 6 an. Du Schwein, hast mich schon wieder gekillt. Ich habe dafür einen Kevin geholt. Einfach nur was kann. Was, du hast einen Kevin eingeholt? Ach nein, Markus! Okay, Wunterskinder auf unseres Teams einformen hier. Kevin wissen sie mittlerweile, dass er auf der anderen Seite schläft. Oh, du? Das ist ein Moment. Das ist immer hinten rein. Das ist ein Zeichen von, dass du auf der anderen Seite schläfst. Also bitte. Ja, ja. Ja, ja. Doppelt wie Jaws. Ja? Hättest du wohl gerne. Deine feuchten Träume will keiner wissen. Naja, ja. Er ist doch lecklicher Männer-Arsch, oder? Der Kevin legt überall. Ich habe schon gehört. Meine Fresse Katze. Ich habe schon wieder eine Auszeichnung bekommen namens Ein-Mann-Ami. Ah, ich weiß, wo er ist. Ja, ja. Nein! Mann! Headshots sind in dem Spiel auch nicht. in der Stadt. Ja, ich habe jetzt noch nichts mehr Wert, würde ich mal sagen. Ich bin schwer von Wund. Ich bin lediglich. Ich bin lediglich. Ich bin lediglich. Da mal auch kern-Käuter einigen Grund. Da wo du nicht umrennst. Ja, kein Wunder. Ich bin immer nicht schlecht, ne? Loswer einbring-um. ich habe das für teammate ich habe sechs andere schrott flinken habe ich doch versucht ich habe uns noch mal gerettet aber nur weil enrico gemeint hat ich soll sein kevin mehr abknallen seinen kevin jetzt also jetzt wird aber den kevin will keiner haben für den fehler egal ich kann auch gehen das meine freundin abgerutscht das tut doch weh es war manchmal ein bisschen im blickfeld aber das geht schon wenn sie da vorne streckt ich stehe eine position so nach dem habs ach man wir haben schon wieder diesen scheiß packen alter dass du nicht in deckung gehen kannst wenn ich in deckung gehe da steht da geht da wieder von der deckung weg das war eben in dem in dem schützer modus noch nicht zum kurzen hatten wir schon mal oder kämpft kann sich noch erinnern davon nicht mehr in deckung gehen konnten das war auch in dem überlebenskampf glaube ich war das keine ahnung warum das so ist aber ich sagen wir so jetzt startet habt die beste voraussetzung weil ihr rennt los ihr habt die besten waffen in der ersten drei sekunden ja trotzdem viel zu scheiß schrottflinten damit kannst du nichts machen doch mit der schrottflinten habe schon ein rigor gott gewillt ja aber bei mir sterben so lange wie komischerweise nicht obwohl ich voll treffe aber egal alles gut na weil du nicht schießen kannst das dein problem ist kann auch sein ja ich weiß es witzig ja aber das feuer war schon gerade die erste bisschen jetzt habe ich dich und ich dich auch na hin lufig doch einfach aber ich dachte wirklich du hast mich jetzt um auf der stelle rumstehen ist ja auch klar ich hätte sie einkriegen können ich habe nur dumm auf der stelle umgestanden ich habe hier wirklich ich bin gerannt wie so worden ich habe mich gerade gedreht du blinze das ist ich bin heute absolut neben der spur ist völlig normal ich habe zu viel harry potter geguckt und wir haben vier seite geguckt wir fehlen noch drei